In diesem Abschnitt meines Teams-Crash-Kurses geht es nun um die private Kommunikation in einem Chat. Wie du bereits in Teil 2 meines Crash-Kurses kennengelernt hast, ermöglicht es Teams dir, mit dem gesamten Team zu kommunizieren. Manchmal ist es allerdings auch notwendig, sich privat mit einem Schüler oder einer Schülerin zu unterhalten oder auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Das kannst du in Teams über die Chat-Funktion bewerkstelligen. Zur Chat-Funktion gelangst du entweder über den Punkt Chat in der linken Leiste oder mit dem Symbol neben der Suchen- oder Befehl-Eingeben-Leiste. Dieses Symbol siehst du hier. Mit einem Klick auf dieses Symbol gelangst du nun in die Chat-Oberfläche. Im linken Abschnitt würdest du deine zuletzt kontaktierten Personen aufgeführt finden. Möchtest du nun einem Schüler oder einer Schülerin eine Nachricht schicken, gibst du einfach in die Zeile an den Namen ein. In meinem Fall wieder der Testschüler und nun bekomme ich hier eine neue Unterhaltung mit dem Testschüler. Die Oberfläche in diesem Chat erinnert dich sicher an das Kommunikationsfeature direkt in Teams. Du kannst unten die Nachricht eingeben, kannst mit einem Klick auf das A mit dem Pinsel die Formatierungsoptionen einblenden, kannst mit dem Rufzeichen die Priorität der Nachricht festlegen, mit dem Klammersymbol eine Datei anhängen und danach wieder Smileys, GIFs, Sticker oder eine Besprechung festlegen. Ich möchte nun eine Nachricht schicken. Hallo, anbei findest du den Wochenplan für die Schulwoche 28. Diesen Wochenplan hänge ich nun mit Hilfe des Klammersymbols an, lade ihn entweder aus meinem OneDrive oder vom Computer hoch, wähle den Wochenplan aus und schon wird dieser Wochenplan nun meiner Nachricht mitbeigefügt. Nach dem erfolgreichen Upload kann ich diese Nachricht nun verschicken. Diese Nachricht ist jetzt wirklich nur für den Testschüler und für mich sichtbar. Würde ich nun eine Antwort des Testschülers erhalten, würde sie in diesem Feld aufscheinen. Füge ich nun einer Nachricht eine Datei an, wird diese Datei automatisch in den Abschnitt Dateien unseres privaten Chats verschoben. Mit einem Klick auf Dateien kann ich diese Dateien sichtbar machen. Dieses Feature ist vor allem dann von Vorteil, wenn die Konversation länger ist und mehrere Dateien hin und her geschickt werden, da diese dann an einem Platz zentral abrufbar sind und nicht eine komplette Chatkonversation durchgescrollt werden muss. Sowohl du als auch dein Schüler oder deine Schülerin haben nun Zugriff auf diese Datei Wochenplan Schulwoche 28 und können diese verändern. Es ist also eine kollaborative Bearbeitung des Dokuments möglich. Gerade zur Entlastung der Unterhaltung in deinem Team ist dieser Privatchat wirklich eine tolle Möglichkeit. Private Konversationen können so ausgelagert werden und sind nicht für das komplette Team sichtbar.